Ja, ich wollte euch mal meine neue Ratte zeigen. Komm her! Die hängt da gerade hinten. Guck. Ja, ist nicht so Kamera. Ach, guck doch mal die Kamera. Guck doch mal die Kamera. Ich auch nicht drauf. Was denn da? Ja, bleibt da oben. Bleibt da oben. Guck da Kamera. Ja, die ist schon süß. Ist so ne Dumbo-Ratte. Wer nimmt sie auch so? Heiß Kalle. Wie sieht Kalle? Klack Kalle? Oh. Habt ihr jetzt seit einer Woche? Und die kann mich schon fast gut lehnen. War? Dann gehen wir mal in die Kamera gucken. Ja, Kamera. Ja. Ja, das ist ganz cool. Und noch ziemlich jung. Das heißt, ich will noch viel entdecken. Geht ganz überall rum. Und beißt überall rein. Kabelkeller. Neister Kabelkeller. So. Ja, dann gibt es natürlich nichts zu sagen. Den nächsten Mal Fotos. Ja. Ja. Ja.